Musik Yo Leute, hier ist wieder euer JoeTaker von DommerHD Und heute gibt's mal wieder eine Survival Games Runde Und was ist morgen, morgen, Abend um 24 Uhr und eine Minute danach ist Naja, was heißt eine Minute danach? Eine Sekunde danach ist Neujahr Yeah! Schreibt mal in die Kommentare, ob was ihr so macht, ob ihr böllert oder einfach nur mit der Familie so zusammensitzt Also ich werd mit, äh, ein Freund kommt jetzt gleich bei mir vorbei, deswegen nehm ich jetzt hier nochmal schnell ne Runde auf Ein Freund kommt gleich bei mir vorbei Und dann werden wir erstmal, yo, eine Runde erstmal zocken Und dann gehen wir raus, gehen nochmal zum Rewe, holen dann nochmal was für Sachen Und dann gehen wir abends nochmal, ähm, raus Aber davor gucken wir uns jetzt nochmal, Moment, da muss ich schnell voten Slash Vote Frei So, für Cerno, super, ich bin der Einzige Und dann werden wir halt jetzt gleich einen Film gucken, der heißt Titanfall Und den in 3D und dann gucken wir uns heute Abend nochmal, den aber nicht in 3D, World War Z an Also ich find ja so Zombie, ähm, so Zombie-Filme richtig, richtig, richtig geil Aber der World War Z ist richtig brutal Der ist richtig brutal Also, guckt euch einfach mal den Trailer an Ich muss gucken, ob ich einen Link in die Beschreibung tue Aber trotzdem, dieser Film ist einfach nur so, sowas von krass Ich tue mal auf Minimum, Maximum Ne, ich muss mal hier gerade gucken, wie ich das am besten mache Wobei Siegfellwenden Okay, doch, das wird ausgemacht Aus So, dann sind wir jetzt hier auch auf einer neuen Map Mal sehen, wie es jetzt hier so geht Okay, ich hab konstante 30 FPS gerade Das nervt mich gerade sehr So 4 3 2 1 Go Oh geil Sehr nice, sehr, sehr nice Dann rennen wir dem einen Typen da mal hinterher Und ziehen uns gleich die Stiefel an Und versuchen in den dann wegzuhauen Komm, wo ist der? Ja, ja, geh da rein Ich wünsche dir viel Spaß Digga Wie kam der da rein? Alter, achso Komm schon Verreck Geh sterben 15 Sekunden Ey, ich hab ja noch eine Hose Hoffentlich verrecke ich nicht Hoffen wir es mal 3, 2, 1 Ja, stirb So Sehr schön Wir haben jetzt 2 Schwerter Können hier noch was essen Ne 60 FPS Kacke Da ist noch einer Ja, komm Ja, komm renn Alter Ja, er blutet schon Das sieht man hier Komm, bleib stehen Digga Danke So, wo sind hier die Nächsten Wer will noch? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Okay, dann rennen wir jetzt mal hier in dieses komische Wunderland Mit immer noch läggigen FPS Guck mal, da ist eine Kiste Die wurde aber garantiert schon ausgeräumt Klar So, wir haben 2 Kills Somit 20 Punkte Nice Da ist eine Kiste, die ist auch leer Oh, doch nicht Oh, da ist ein Typ Dankeschön Alter Alter, Vater Ich war gerade echt voll behindert Ich bin gerade gegen Typen fast verloren Mit einem Steinschwert Äh, mit einem Holzschwert Fail So Dann packen wir uns das alles mal hier hin Das ganze Essen Da unten war einer Bekämpfen die sich oder stehen die da einfach nur rum? Lol Lol Lol, okay Schon wieder ein Team Ich hab keinen Bock daran zu verrecken Deswegen Ich hab darauf keine Lust Tschüss So Ihr könnt mich mal Vergesst Wo sind denn die? Er rennt zurück, oder? Ah, verdammt Bleib weg von mir Ich muss jetzt hier oben erstmal stehen bleiben Ja, genau Wann du mal weiter? Kämpfen die sich jetzt? Da ist der andere Typ Ich könnte die Türen nicht Da hab ich gesehen Oh fuck Oh kacke Genau Kämpft euch alle Ja genau Wie soll ich denn hier jetzt wegkommen ohne zu verrecken? Ja, komm Okay Das ist jetzt zwar ein bisschen pussyhaft, aber Na? Mongo? Ach ja Wenn sie einen nicht aber beobachten Muss man einfach in dem Moment mal wegrennen Und ich weiß so und so, dass die hinter mir sind Lol Große Deppen Alter Hier wär ich jetzt knallert reingesprungen Wurde von Fresh getötet Alter Ich hab keinen Bock auf, dass die hier Das hier im Team macht Guck mal, da ist was in der Mitte Verdammt Ich brauch mal bessere Ausrüstung Also in Bezug auf Rüstung halt Ausrüstung Sohär Hält mich jetzt gar nicht mehr so schlecht Verdammt Wie viele leben da nochmal? Ich mein, viele So, da haben wir auch nochmal ne Kiste Oh lol Wie ich einfach hier Knallhart schon wieder zurückgebackt werde Aber die neue Map, die gefällt mir Die ist Die ist relativ sehr schön, finde ich Zwar mit diesen komischen Weihnachtsbauten Bisschen kacke gemacht, aber Da oben aber Glowstone Da ist man übrigens noch Wo ist das? Lol, wieso spring ich denn so hoch? Ja ok, komm, das Weizen kann ich wissen Da komm ich nicht weiter Da war doch kein Name Ich bin doch nicht blöd Ich hab's doch gesehen Oh, da kommt man sogar rein Hoffentlich ist hier nicht irgendwo ne Falle Kacke Sag mir nicht, ich komm hier nicht mehr hoch Oh, ein Glück Wieso war mir das klar? Digga Ich find hier echt gar nichts mehr Ach komm ey, die sind team Das ist doch voll behindert Hab ich den getötet? Ne Schade Egal, auch wenn es eine kurze Runde war Dafür war es ein kleines Silvester Ja, Getue Und dann können wir auch nochmal hier Dieses Jump'n'Run hier versuchen Weil das ist neu Und ich liebe Jump'n'Runs Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben Was ihr jetzt mal für Serien von uns wollt Von Dominik und mir Weil Hexit kann ja nicht das Einzige bleiben Und dann würde ich einfach mal sagen Wenn es euch gefallen hat Gebt ein Like Oder hinterlasst sogar ein Abo Wir würden uns tierisch drüber freuen Und ich möchte mich nochmal bedanken An alle, die uns abonniert haben Denn 120 Abos 125 Abos Sind schon eine Menge Zuschauer Und ja Dann würde ich mal sagen Bis zum nächsten Survival Games Euer Joe Taker Von Doma HD Tschö